Der Titel Slovan Bratislava in Weiß ging 1-0 in Führung durch Timko nach 16 Minuten im Punktspiel gegen Donaustreda. Die Gäste glichen 16 Minuten später aus, Torschütze war Dina. In der 39. Minute sorgte erneut Timko für die Führung des Teams aus der slowakischen Hauptstadt Dresburg. In der zweiten Halbzeit köpfte Dubowski zum 3 zu 1 ein. Er hatte schon das erste Tor vorbereitet. Nach diesem Erfolg bleibt Bratislava Spitzenreiter in der Tabelle vor Streda. Untertitelung des ZDF für funk, 2017